ja halli hallöchen da sind wir wieder zu einer weiteren folge von deep rock galaktik und ja wir können unsere hauptwaffe hier verbessern damit sie länger stabil bleibt sehr schön ja dann würde ich direkt in die nächste mission reinhauen ich bin ehrlich gesagt was ich jetzt gar nicht welche wollen wir machen ich finde diese eigentlich ganz diese ganz nette mal was das hier rot klaster was bedeutet das wir probieren es einfach aus ja kollektana hat es dann cauf leech cluster es geht probata clear warm-up time to get to work team we've got sequence initiating fasten your seat belts Ja, bin ich mal gespannt, was das bedeutet, Cave Leach im Cluster, Mining, Dirty, Delight. Im Grunde genommen sollen wir noch ein paar Sachen zusammen sammeln, aber irgendwas ist da drin. Und Stufe 12 Scout kommt zur Unterstützung und Teil darin sagt mal wieder, ich mache zu langsam. Ich chill das Ding ein bisschen. Dirty Delight. Ja, passt zu weit. Alles klar. So, was machen wir? Sammeln und Sammeln. Alles klar. So, was machen wir? Sammeln und Sammeln. Das ist eine simple Mining Mission. Nichts Kompliziertes dabei, Rachter. Auch für die zweite Seite. Ich brauche den Gas. Ich brauche den Besucher, bis es rauskommt. wherever nein? Wie ist es? Das steht? Das steht? Oh, was das? Schwester, Dirty? Das steht? Und das steht? Das steht? Ich muss die gesamten Mule, schneller vor sich. Ich brauche. Let's there be light! Loisy! Flair's up! I'm full! Heading to the mule! I call for the mule! What's that? Why do you have them now? Ah, guys, that's crap. We got your bullets! Still much better now! Get out of your butt! Down it goes! Give it all up! That's it! That's it! What can I find? Yeah! Donkey! Come here! Donkey! Over here! Lighting up! Lighting up! mui! perfect! You're down! What do you think is it? Birds eye with us, leney, Pine, jinx 辱 Nope, hier ist nichts. 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 Fortschritte! Supplies are on the way. Die! And... Go! I'm waiting on this game, girl! Good news, team. The way you're spinning out. Break the pain! Fighting arm! Got a gem! Cover me! Grabbing ammo. Much better! Goal! Way ahead, block! Flat, Tormach! There's nitra here! There's nitra over here! Attention! Find the nitra for ammo! Mark! Anyone need ammo? There's nitra here! Come on, something! Nitra! Over here by the marketplace! Platform! Let's clear them out! Lock it up! Like that! Maybe we're not gonna die after all! We need assembly! Oh, man! Okay, wait. So, we're out of here! You're 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 out of here! Okay, wait! Keine Edition. I'm totally loaded. Come here. Donkey, come here. Come here. Flares up. Why are you shooting at these slack shots, Dimwit? I called it my group. And it went boom. No. Cross the road. Send yourself. I'm shooting your fucking ass, you son. I called for the news. Donkey time. Feeling much better now. Team Rock seriously needs to invest in some better equipment. Nächster, ich bin der Nächster, ja... Job well done, button of the view is activated, bring it all home team. Your right home is on the way, drop part inbound. Drop part has arrived, retrieving the mule. Follow the mule. Drop part departing in T-minus five minutes. Shhh! That's one of our games for the first round! Move, baby! Fall back with the drop part. Move, baby! Drop part departing in T-minus four minutes. Let's get out of this house. There you are! Hey! I'm not dead! I'm not dead! I'm not dead! Right here, mate! Drop part departing in T-minus three minutes. Shhh! Lightning! Wir werden hermit! Die Hand ist auf! Gott, es ist zwischen den Augen! Was? Dropbox departing in T-2 Minuten. I'm gonna kill y'all! T-2. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. T-3. 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 T-4. Report departing in T-minus 1 minute. Report departing in 30 seconds. The Mule is secured, initiating launch sequence. Deep Rock Galactic thanks you for your good work. Drop pod will leave with or without you. 10 seconds to take off. 2, 1, heading for orbit. 2, 1, heading for orbit. 2, 1, heading for orbit. 2, heading for orbit. 2, heading for orbit. Das war halt schwierig. Viel zu weit weg. ok das war es aber auch schon wieder für diese folge man muss auch mal verlieren können und dann sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten folge bis dahin